Musik Tja, wir machen uns nicht gerade Freunde. Es ist die Agency. Sie wissen von unserem Schatz. Jetzt reiß dich mal zusammen, Kran. Sie buchen sich wieder, solange die Agency-Bedrohung ausgelöscht wird. Also schütze die Mine und erhalte die Produktion aufrecht. Unsere Reserven sind noch lange nicht voll. Diese Kerle können gar nicht genug Chimera anhäufen. Sie werden alles tun, um sie zu erwischen. Die Mine ist ramponiert. Zeit, ihr den Rest zu geben. Industrie-Bodentruppen sind auf dem Weg. Die Industrie-Einheiten. Wir brauchen mehr Feuerkraft bei den Agency. Da kommt Verstärkung angerollt. Bereit macht. In meiner Mine befindet... ...sich ein Agent zermalmt den Eindringling zu staunen. ...und Sie bedrohen, Vorwürfen zu reinigen. Oh, I'm gonna kick so much! Agent, jetzt sind Sie bereit, die Flugfaust einzusetzen. Laden Sie den Nahkampf auf, um Feinde zu staub zu zermalmen. Sie brauchen mehr Feuerkraft bei den Agent. Scanner werden neu kalibriert. Ziel verloren. Da gibt's noch eine aktive Chemieanlage in deiner Nähe. Aufpassen! Sie werden nicht umsonst Blaster genannt. Ja! Ja! Lass Sie bitte, Sie nicht unsere Arbeit zerstören. Verteil dich, die Anlage! Ja! Weiter auf die Eindämmungstanks feuern! Burn, Baby! Burn! Verarzten Sie sich, Agent! Das ist der Befug. Die Feindliche Verstärkung rückt auf Ihre Position vor. Agents, Sie sind nun autorisiert, die experimentelle Agency-Vortex-Kanone zu verwenden. Sie finden sie beim nächsten Nachschubpunkt. Viel Spaß! Agency-Bedrohung geortet. Dauerbefehl zum Eliminieren bei Sichtverdankt. Dauerbefehlz zum Eliminier bei Sichtverdankt. Dauerbefehlz zum Eliminier bei Sichtverdankt. Lieben Sie sprechenstrings zustande, über die daneben Sie sind. Die stecken und bauten Sie mit auf den Weg hin. Die Kaffeele zu entschärfen. Die Dauerbefehlz zum Eliminier bei Sichtverdankt. Die Dauerbefuggen für die multiplicationen. Sie sind da, die Dauerbefehlzktionen. Sie sich nicht im Zуть im Zettung. Sie sind die Dauerbefuggez zum Eliminier. Zerstören Sie alles. Jeden Tank. Da stimmt die Chemie einfach. Ich liebe den Geruch von Explosionen. Das Ventil ist entsperrt. Widmen Sie ihm die Aufmerksamkeit der Agentsie. Agent gefunden. Angriffsteam ausrücken. Verarzt für dich und raus in den Kampf. Schützt mein Chemielager oder spürt die Konsequenzen? Weiter so. Je öfter du Novas Industriebetrieb angreifst, desto besser verstehen wir, wie er funktioniert. Was haben Sie da? Es war klar, dass das Netz die ganze Insel umfasst. Aber das Chimera ungehippt... ...der direkt zum Industrieturm fließt, wussten wir nicht. Was für ein Süppchenbraut war, ist da? Weiß ich noch nicht. Aber sicherlich kein Gutes. Wow. Für eine Nobelpreisträgerin ist Katala Vargas ganz schön irre. Ich hab's gesagt. Ich hab's dir verflucht noch mal gesagt. Die Agency gibt mich auf. Niemals. Sie kämpfen. Ich brauche dich im Vollbesitz deiner Kräfte, Katala. Unser Ziel ist in Reichweite. Konzentriere dich auf die Produktion. Keine Sorge. Du kriegst deine Waffen und die Welt wird leiden. Agent, Vargas verfügt über eine Menge giftiger Spielzeuge. Anscheinend macht sie noch mehr. Passen Sie auf. Aber lassen Sie nicht nach. Ich hab's noch. Oh, ein echter Schock für ihr System. Sie beschädigt sich in der Traum entdeckt. Sicherheitsproduktion wurde sehr aktiviert. Gut. Der Stationsvorsteher ist hier. Jetzt muss er dran glauben. Schwiebelgangsystem direkt mit der vollständigen Zeitungsmaßnahmen empfohlen. Wir haben's geschafft. Roxy hat eine totale Existenzkrise. Meine Stationen. Sie wurden aus dem Netz gerissen. Ich bin nicht länger vollständig. Agent, unsere Operationen haben Roxys Defensivsystemen einen Kurzschluss verpackt. Ihr zentraler Knotenpunkt ist verwundbar. Schalten Sie sie ab. Ich habe die Schmerzen abgestellt. Alle emotionalen Subroutinen wurden umgeleitet zu Wut, Brache. Ein brachianer Verteidigungsmechanismus. So simpel, so menschlich. Aber vielleicht hat niemand recht. Die Bestie, die wir erschaffen, braucht keine Empathie. Nur Macht. Also das klingt überhaupt nicht bedroht. In der Agency habe ich eins gelernt, Echo. Es gibt viel Böses in der Welt. Und wir sind da, um es zu jagen und zu töten. Überprüfen Sie Ihren Polz. Stab. Hardpoint ausgeschaltet und Milizmitglieder befreit. Hardpoint ausgeschaltet. Hardpoint ausgeschaltet. Verschrotten Sie den Rest von Khans Ausrüstung bis hin zur letzten Schraube. Hier muss es irgendetwas geben, um die Schmiede-Hämmer anzuhalten. Sie sind ein Eck da rauf, Volt Agent. Verteidig das Chimera mit eurem wertlosen Leben. Denen geht die Munition aus. Holen Sie neue. Töte den Agen für die Schmiede-Hämmerer. Tod nützen Sie den Bewohnern dieser Stadt nichts. Vergessen Sie das nicht. Sie müssen Sicherheitsprotokolle deaktivieren. Die Gegner rufen Verstärkung. Passen Sie auf. Ziel verifiziert. Ressourcen nähern sich. Ja! Wenn ihr noch nicht mal einen verfluchten Agent töten könnt, seid ihr wertlos. Sie haben eine Reihe Schmiede-Hämmer außer Betrieb genommen. Finden Sie die Schwachpunkte und zerlegen Sie sie. Fort-Lawen an alle Einheit. Die Schmiede-Hymbrüste in den Rotern sollen. Je länger diese Bude in Betrieb ist, desto größer werden unsere Probleme. Zerlegen Sie die Maschinen. Machen Sie die Mine dicht. Industrie-Bodentruppen sind auf dem Weg. Was ich Ihnen lassen, Agent. Wie Sie die Schmiede zerlegt haben, war echter Hammer. Wir verfolgen eine aktive Agency-Bedrohung. Vorrücken zu meinen Koordinaten. Stimmengewirr! ARD Text im Auftrag von Funk Industrie-Bodentruppen sind auf dem Weg. Einzelne Agency-Bedrohung auf dem Scanner. Einen Trupp einsetzen und Angriff neutralisieren. Kahn! Kahn! Der Minen-Kern ist gefährdet. Mir ist scheißegal, wie du es anstellst, aber kämpfe für dein verfluchtes, kostbares Chimera und töte diesen verfluchten Agent! Bereit oder nicht? Da kommt jemand zum Spielen raus. Ich habe hier ein paar irre Energieschwankungen aus dem Inneren der Mine. Das muss der Kern sein. Klingt so, als wäre der Kern das Herzstück von Kahn's Anlage. Wenn wir den erledigen, ist hier Schicht im Schacht. So, du willst also eine Audienz bei Reza Kahn. Du sollst sie kriegen! Willkommen zum Anruf eines neuen Zeitalters. Dem Zeitalter Chimeras. Beuge dich seiner Pracht. Oder brenne in seinen Flammen! Verschwinde, Agent! Hau ab! Verwinden! 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 Wie? Verwinden! I can't believe it. Kahn hat den Kern geöffnet, um seine Energie zu nutzen. Geben Sie alles, während der Angriff bei ist. Genau so, Eddie. Aus allen Rohren auf den Kern. Der Buggy ist zerquetscht. Der Buggy ist zerquetscht. Ich würde dich heute lieber nicht verlieren, Agent. Deine Beharrlichkeit ist bewundernswert, aber du musst bestraft werden. Die Abkommen zu haben. Die Abkommen ist ein Aktierer. Geben Sie ein Aktierer. Die Abkommen sind schaube ich, und die Abkommen ist. Die Abkommen bowspfen, ein Aktierer ist. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Damit fehlt Vargas mehr zerstörerisches Chimera und der Turm ist etwas weniger giftig, wenn sie angreifen. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Das ist nicht gut. Sie haben den Zugriff auf unsere Nachschubpunkte verloren. Niemand stört die stadtweiten... Sie haben Ihre Aufmerksamkeit, Agent. Brennen Sie sich in Ihr Gedächtnis. Untertitelung des ZDF, 2020 Abwurfkapseln untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020